Hey Leute, Toni, der Tutor, wer immer geht es um Sachen, die falsch gemacht werden? Ich dachte heute wegen Fassung, also mit Fassung tragen, weil manche sagen mit Fassung er tragen, also da gibt es eigentlich nicht so viel Sinn. Also Beispielsatz, ich trage das mit Fassung. Und dann wissen wir, das war's, oder das ist das letzte Mal, am Toni, der Tutor.